Hallihallo Leute, da ist der Guzoa wieder. Ich hoffe das 15k Abo Special hat euch zugesagt. Ich bin hier jetzt wieder mit meinem zweiten Account dabei. Ich habe folgendes gehabt. Ich konnte seit dem Update, also ich habe jetzt heute das gerade wieder eingerichtet, weil ich habe am Wochenende echt null Bock gehabt, habe das eingerichtet wieder. Ich konnte auf dem Handy keine weiteren Apps installieren, weil das Handy einfach mal kacke ist und voll war und ja egal, das ist mein Diensthandy, auf dem ich das mit einem zweiten Account spiele und deswegen war da halt gar nichts los. Fand ich natürlich nicht so toll, aber gut okay, so ist das Leben. Beim ersten Account wäre es jetzt auf jeden Fall schwieriger oder schlimmer gewesen. Hier ist es jetzt nicht so wild. Ansonsten habe ich hier ja schon meinen Townhall reingestellt. Mit dem ersten Account muss ich definitiv noch komplett was umändern, weil das ist einfach nur richtig scheiße. Da kriege ich richtig auf den Sack. Gucken wir mal. Er war so clever und hat die Luftabwehren so hingestellt, dass die Drachen davon nicht getroffen werden. Er ist... Ah, okay, hier hat er es hinbekommen. Okay, dann hauen wir nochmal einen Drago rauf und dann sollte das passen. Ähm... Ja, mal überlegen, ob ich jetzt überhaupt ihn wegsnacke komplett, weil eigentlich mit dem Account ist mir das ja Pokimäßig komplett rille. Da will ich jetzt eigentlich nicht noch mehr wasten, obwohl ich das eigentlich könnte. Ich glaube, das reicht mir schon fast. Na klar, und jetzt haben wir hier natürlich wieder Minen und Sammler leer und der Rest ist dort. Ich überlege gerade... Helfe ich dem... Helfe ich dem King? Nö, ich hab wirklich... Ich hab meine... Äh... Fünf Dragos habe ich noch. Da kann ich noch den nächsten. Die müssten... Genau, die müssten voll gewesen sein. Hier können wir sogar noch ein bisschen was... Äh... Äh... Da passiert nichts mehr. Aber egal. Oh, wir haben verloren. Oh, aber ich hab ein bisschen was... Gold bekommen, was ich ja halt dann wieder in die Wände bzw. Mauern investiere. Und dann ist das okay. Jetzt gucken wir mal gerade hier. Yeah, Zauberkapazität. Yeah. Ja, so. Zack, macht voll. Vielen Dank. Mauermäßig kann ich mich gar nicht beklagen. Geht's jetzt langsam weiter. Weil alles andere ist ja soweit, Max. Und ja, ihr wisst ja selber, im Town Hall 8 Bereich hat sich ja gar nichts getan. Also da war ja wirklich gar nichts, was man hätte verbessern können oder was neu dazugekommen ist. Das war ja alles beim Alten geblieben. Aber wie gesagt, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Wirklich. Also selbst ich, der ich ja nun nicht mal ansatzweise Town Hall 10 zum Beispiel bin. Ähm... Ich finde das wirklich nicht schlimm, weil andere sagen, oh ja, das kann man nur was für Town Hall 10. Das kann man nur was für Town Hall 10. Ja... Aber wie gesagt, irgendwo muss man das auch irgendwo verstehen. Dieses Spiel wird einfach mal mega supported. Wirklich ganz ehrlich. Die setzen sich ran und machen und tun und wollen auch immer. Und wie gesagt, da ist es halt auch ganz klar, dass halt wirklich das für die interessant gemacht wird, die halt eben richtig viel in das Spiel reinbuttern, sprich die High-Level-Spieler. Und von daher finde ich das echt nicht so schlimm. Also jetzt gucken wir mal. Wir haben ja acht oder neun, neun sogar, neun Drachen wieder. Und bevor ich die jetzt rausgeballert hätte in dem letzten Fight, gucke ich einfach nochmal, ob ich hier noch was ranbekomme. Und dann war's das. Und wie gesagt, Base muss ich auf jeden Fall meine Haupt-Base umstellen. Ich hab jetzt die letzten Videos gesehen von Lichtl und Disiaks. Also der Loot war ja bei denen echt total krank. In der, beziehungsweise nach der Update-Phase. Also so übel war's bei mir nicht. Also ich sag mal, ich hatte auch guten Loot, ganz klar, vollkommen in Ordnung. Aber dass ich jetzt so abgegangen wäre, hier irgendwie 4 Millionen und 13 Minuten oder so, so krass hatte ich's jetzt noch nicht. Hier hätten wir ja Town Hall draußen. Aber, hm, Bonus ist jetzt eh nicht dolle. Klar, logisch. Und dann halt nur für Town Hall gesnackt. Ist das auch alles nicht so der Knaller. Das hier ist okay. 190K und halt die 2,5K, die hier noch gut was bringen. Ich guck grad mal. Hier haben wir die Luftabwehr. Hier ist sogar eine Luftabwehr am Upgrade. Na, ha, schade. Da bringt's mir natürlich nicht viel. Aber wenn ich jetzt von unten kommen würde, dass ich die zumindest ausschalte. Dass sie dann noch hier das dunkle Elixier bekommen können. Ich hau die hier jetzt einfach mal rum. Und dann gucken wir mal. Jetzt fängt die Luftabwehr an. Dort hauen wir auf jeden Fall ein Rage. Oh ja, der Rage war sehr geil. Der Rage war mal richtig nett. So. Luftabwehr ist down. Ein Mann frei. Jetzt hab ich schon mal ein Problem weniger. Jetzt müsste ich mal gucken, ob die eventuell hier auch noch... Ja, also getroffen hab ich auf jeden Fall. Mal gucken, dass wir hier nochmal ein Rage reinballern. Ah, ich denk mal für die Luftabwehr wird's nicht reichen. Da. Oh. 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 Gucken wir mal. Die Barbs. Schicken. Naja, okay. Das ist ja jetzt nur nichts. Ich hätte jetzt mit ein bisschen mehr Truppen gerechnet. Okay. Das war richtig fail. Ähm. Da haben wir noch drei Drachen. Aber nicht zuvor aufgeben. Wirklich. Es kann ja immer noch mal ein bisschen was bringen. Klar, die Unwahrscheinlichkeiten sind natürlich super gering, dass sie jetzt sagen, ach komm, hier, wir fliegen mal dahin. Aber was hat er denn überhaupt gemacht? Hier hat er eine 10er Mauer und den Rest noch mit 7er zu stehen. Hm. Okay. Ja, Luftflieger ist vollkommen egal. Das stört mich hier jetzt nicht. So rette ich mich wenigstens auf die 50%. Aber ich mein, das war natürlich schon richtig verkackt. Das war, äh, professionell verkackt. Jetzt wenigstens noch ein bisschen lex hier. Obwohl, das Gold müsste ich noch bekommen. Das Gold müsste ich noch kriegen. Tesla geht auch down. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Man denkt immer, oh, naja, scheiße, man hat's verkackt und dann fertig. Aber dann, äh, muss man halt gucken. Könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass eventuell sogar noch das Town Hall kommt. Ähm. Mit dazu spielt natürlich jetzt auf jeden Fall eine Rolle die längere Spielzeit. Auf jeden Fall. im Bereich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich greife einen Town Hall 11 an, dann, äh, relativiert sich das natürlich wieder. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nee, ich hab ja nur einen Low-Level-Gegner hier, Town Hall 9 zum Beispiel. Ähm, Guck mal. Wir haben eine halbe Minute mehr. Und ich hatte, als die Drachen hier unten waren, hab ich noch gesagt, naja, die werden ja nicht da hingehen. Und wenn wir Glück haben, naja, das ist aber zu dicht an der Luftabwehr, denke ich dran, ne? Boah, sehr nice. Ich krieg sogar noch Dunkles. Und, das sollte sogar noch alles werden. Und, ja, ich war schon wirklich kurz davor, oh, komm hier. Auch mit dem Queen Walk. Ihr werdet den, in den nächsten Tagen auch wieder sehen, weil ja jetzt viele fragen, oh, kann man den wirklich noch machen? Kann man den wirklich noch machen? Ja, man kann ihn noch machen. Und, man muss bloß halt wirklich wissen, was man macht. Hier, hätte es jetzt zeitlich auch noch komplett gereicht. Das heißt also, wäre ich mit der normalen Zeit auch hingekommen. Aber wirklich, hört, wie gesagt, das war jetzt hier, gucken wir mal weiter, das war jetzt nicht der Epic-Super-Sonder-Loot. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber, ich dachte wirklich am Anfang, ah, Kacke, hm, Mist, brichst du ab. Ja, und hat doch noch was gebracht. Also von daher, wirklich, lasst laufen, besonders auf dem Klo, das ist immer ziemlich gut. Und, äh, dann passt das. Dann kann wirklich ein, am Anfang verkackter, oder gedachter verkackter Angriff, noch richtig, richtig gut werden. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwie etwas, ja, etwas ist immer gut, einfach voll, ja, ich habe aber, egal, Gift, so, gucken wir mal, Pekka, Golem, sorry, da bin ich komplett außen vor. Und, dann, wisst ihr schon mal, wie es hier jetzt wieder abgeht, also Townhall drin, weil alles andere ja total daneben. Mir werden oft jetzt momentan, äh, Pokis geschenkt. Also, ich weiß nicht, ob es mit dem jetzt war, nee, ich glaube mit dem anderen, ähm, da war doch schon echt, echt ganz enorm viel, dass sie mir Pokis geschenkt haben. Das war es erstmal hierzu. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder so ein bisschen auf dem neuesten Stand, äh, und dann, wie gesagt, geht es in den nächsten Folgen weiter mit dem Main Account. Das war es von mir. Und, ihr, haut rein, ich bin jetzt wieder ganz normal in Keep Calm. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an Tobias Spirit Talk, ähm, für die, für die Zeit in seinem Clan, dass ich das halt wirklich während des Updates eben auch einfach wirklich nochmal sagen konnte, hier, guck mal, mit dem großen Wächter und so weiter und so fort, darauf hätte ich ja sonst keinen Zugriff gehabt. Vielen, vielen Dank dafür. Das war es von mir. Ich wünsche euch was, und ihr haut rein. Ciao, ciao.